Guy de Montpassant, Träume Es war nach einem Abendessen unter Freunden, alten Freunden. Sie waren zu fünft, ein Schriftsteller, ein Arzt und drei reiche, berufslose Junggesellen. Sie hatten von allem Möglichen geredet und nun setzte die Verdrossenheit ein, jene Verdrossenheit, die dem Abschied nehmen nach einem Fest vorangeht und es zum Entschluss reifen lässt. Einer der Tischgenossen, der seit fünf Minuten stumm auf den wogenden, von Gaslaternen durchstärnten, brausenden Boulevard geblickt hatte, sagte plötzlich, »Wenn man von morgens früh bis abends spät nichts zu tun hat, kommen einem die Tage lang vor. Und die Nächte ebenfalls,« ergänzte der neben ihm Sitzende. »Ich schlafe kaum noch. Die Liebesfreuden strengen mich an. Bei Unterhaltungen wird immer dasselbe geredet. Nie stoße ich auf eine neue Idee. Und bevor ich mich mit irgendjemandem auf ein Gespräch einlasse, empfinde ich ein wütendes Verlangen, nichts zu sagen und nichts zu hören. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Abenden anfangen soll.« Und der dritte Müßiggänger verkündete, »Ich würde ein Mittel, das mir dazu verhöfe, täglich wenigstens zwei angenehme Stunden zu verbringen, teuer bezahlen.« Da trat der Schriftsteller dazu. Er hatte gerade seinen Mantel über den Arm geworfen. »Der Mensch,« sagte er, »der ein neues Laster ausfindig machen würde und es seinesgleichen darböte, auch um den Preis, dass er ihr Leben um die Hälfte verkürzte, erwiese der Menschheit einen weit größeren Dienst als einer, der ein Mittel entdeckte, das ihr ewige Gesundheit und ewige Jugend sicherte.« Der Arzt fing an zu lachen und sagte, ohne die Zigarre aus dem Munde zu nehmen, »Ja, aber dergleichen ist nicht so leicht, ausfindig zu machen. Dabei ist, seit die Welt existiert, verteufelt hart daran gearbeitet worden. Die ersten Menschen haben es auf diesem Gebiet auf Anhieb zur Vollkommenheit gebracht. Wir gleichen ihnen schwerlich.« Einer der Beschäftigungslosen brummte, »Wie schade!« Nach einer Weile fuhr er fort, »Könnte man wenigstens schlafen, gut schlafen, ohne dass man schwitzt oder dass es einen friert, schlafen mit dem Ausgelöschtsein wie an Abenden großer Müdigkeit, traumlos schlafen.« »Warum traumlos?«, fragte sein Nebenmann. Der andere sprach weiter. »Weil Träume nicht immer angenehm und weil sie stets bizarr, unwahrscheinlich, zusammenhanglos sind und weil wir, da wir ja schlafen, nicht einmal die Schönsten in aller Behaglichkeit auskosten können. Wachend müsste man träumen.« »Was hindert Sie daran?«, fragte der Schriftsteller. Der Arzt legte seine Zigarre weg. »Mein Lieber, das Wachträumen erfordert große Kraft und eine große Willensanspannung. Und wenn man es hinter sich hat, ist das Ergebnis eine tiefe Erschöpfung. Nun aber gehört der echte Traum, dieses Wandern unseres Denkens durch bestrickende Visionen, sicherlich zum köstlichsten auf dieser Erde. Aber er muss sich ungezwungen einstellen, nicht mühselig hervorgerufen werden. Und er muss von einem absoluten körperlichen Wohlgefühl begleitet sein. Dergleichen Träume kann ich Ihnen verschaffen, unter der Bedingung, dass Sie mir versprechen, keinen Missbrauch damit zu treiben.« Der Schriftsteller zog dir die Achseln. »Ja, ja, ich weiß schon. Haschisch, Opium, das grüne Konfekt, das künstliche Paradies. Ich habe Baudelaire gelesen. Ich habe sogar die berühmte Droge gekostet. Und mir ist danach sehr schlecht geworden. Aber der Arzt hatte sich gesetzt. »Nein! Äther! Lediglich äther! Und ich sage sogar ergänzend, dass ihr Literaten euch seiner manchmal bedienen solltet.« Die drei reichen Herren rückten näher. Der eine fragte, »Möchten Sie uns bitte die Wirkungen erklären?« Und der Arzt fuhr fort. »Die großen Worte wollen wir beiseite lassen, nicht wahr? Ich rede hier weder von Medizin noch von Moral. Ich rede von der Lust. Sie leisten sich lediglich Ausschweifungen, die ihrer Gesundheit schaden. Ich will sie auf eine neue Sensation hinweisen, die einzig für intelligente Menschen möglich ist. Wir wollen sogar sagen, für sehr intelligente, da sie wie alles, was unsere Organe überreizt, gefährlich zugleich aber erlesen ist. Ich darf dabei nicht verschweigen, dass es einer gewissen Vorbereitung bedarf, das heißt einer gewissen Gewöhnung, damit man die ganze Vielfalt und Fülle der eigenartigen Wirkungen des Äthers zu empfinden vermag. Sie unterscheiden sich von denen des Haschischs, des Opiums und des Morphiums und sie hören sofort auf, wenn die Verabreichung des Medikaments unterbrochen wird, während die anderen Mittel zur Erzeugung von Traumgespinsten stundenlang nachwirken. Ich will jetzt versuchen, so säuberlich wie möglich zu analysieren, was man empfindet. Das ist nun aber nicht so leicht. So zart und heikel und fast ungreifbar sind jene Sensationen. Ich hatte heftige Neuralgien, als ich dieses Mittel versuchte. Vielleicht habe ich seither ein bisschen Missbrauch damit betrieben. Ich hatte im Kopf und im Hals starke Schmerzen, dazu ein unerträgliches Hitzegefühl in der Haut und ich war unruhig, als hätte ich Fieber. Ich nahm eine große Flasche Äther, legte mich nieder und fing an, ihn langsam einzuatmen. Nach ein paar Minuten glaubte ich, verworrenes Geflüster zu hören, das alsbald zu einer Art Summen wurde und mir schien, als werde mein gesamtes Körperinnere leicht, leicht wie Luft, wie wenn es verdampfte. Dann setzte eine Art seelischer Empfindungslosigkeit ein, ein schläfriges Wohligsein, obwohl die Schmerzen andauerten. Freilich hatten sie aufgehört, lästig zu sein. Es war jetzt eine der Schmerzempfindungen, die zu ertragen, man sich bereit findet und nicht das Abscheuliche zerrissen werden, gegen das unser gesamter gequälter Körper sich zur Wehr setzt. Bald dehnte das seltsame, reizvolle Gefühl der Leere, das sich in der Brust verspürte, sich aus und drang bis zu den Gliedern vor. Auch sie wurden leicht, leicht, als hätten Fleisch und Knochen sich aufgelöst und nur die Haut sei geblieben, die Haut, die notwendig war, um mich das Annehmliche des Lebendigseins, des Darliegens in diesem Wohlgefühl wahrnehmen zu lassen. Da wurde ich mir bewusst, dass ich keine Schmerzen mehr verspürte. Der Schmerz war weg, ebenfalls zerschmolzen, verdunstet. Und ich hörte Stimmen. Vier Stimmen. Zwei Zwiegespräche, ohne dass ich die Worte verstanden hätte. Bald waren es nur undeutliche Laute. Bald scholl ein Wort zu mir hin. Aber ich merkte, dass es sich bloß um ein akzentuiertes Ohrensausen handelte. Ich schlief nicht. Ich war wach. Ich begriff, ich fühlte. Ich überlegte mit einer Klarheit, einer Tiefe, einer Kraft, die außerstande waren und dabei mit einer geistigen Freude, einer fremdartigen Berauschtheit. Und das alles hatte sich aus dieser Verzehnfachung meiner gehirnlichen Fähigkeiten ergeben. Es war kein Traum wie beim Haschisch. Es war auch nicht wie die ein wenig krankhaften Visionen, die das Opium erzeugt. Es war eine verschwenderische Schärfe des Denkvermögens. Eine neue Art, die Lebensdinge zu sehen, zu beurteilen, zu werten, verbunden mit der absoluten Gewissheit, dem absoluten Bewusstsein, dass jene Art die wahre sei. Und plötzlich hat sich das alte Bild der Heiligen Schrift in meinen Gedanken wieder eingestellt. Mir war, als hätte ich vom Baum der Erkenntnis gegessen, als hätten alle Geheimnisse sich enthüllt. Und so sehr befand ich mich unter dem Walten einer neuen, seltsamen, unabweisbaren Logik. Und es kamen Argumente, Erwägungen, Beweise, die Fülle. Und sie wurden sogleich wieder durch neue, stärkere Beweise, Erwägungen, Argumente umgestoßen. Mein Kopf war zur Wahlstadt der Ideen geworden. Ich war ein höher geartetes Wesen, ein Wesen, das über eine unbezwingliche Intelligenz verfügte. Und ich empfand einen ungemeinen Genuss bei der Feststellung dessen, was ich vermochte. Das dauerte lange, sehr lange. Ich atmete noch immer an der Öffnung meiner Ätherflasche. Plötzlich merkte ich, dass sie leer war. Und ich verspürte deswegen einen schrecklichen Kummer. Die vier Männer baten alle zugleich, Herr Doktor, rasch ein Rezept für ein Liter Äther. Aber der Arzt setzte den Hut auf und sagte, Nein, auf keinen Fall. Wenn Sie sich vergiften lassen wollen, dann durch jemand anders. Damit ging er fort. Meine Damen und Herren, hätten Sie nicht Lust? Nein, das war nicht. Ich sage Ihnen, dass ich die Kirche vollen, wie ich mich schrecklich mache,